Ja, push hoch, push, Kopf raus, befreie deinen Kopf, komm, Punkte hast du, Ellenbogen eng. Bein raus, Bein raus, Bein raus, Bein raus, verteidigen uns. Du brauchst eine Guard, du brauchst eine Guard, du brauchst eine Guard, rechtes Bein, komm. Du hast an der Hook, schön, komm hoch, Takedown, Takedown, Kopf raus, Kopf raus, drück vor, genau, drück seinen Kopf runter, bring deinen Kopf raus, nice. Heavy Hips, Ellenbogen eng, Ellenbogen eng. Befreie deinen linken Arm, bei Gelegenheit. Bei Gelegenheit, bei Gelegenheit, er wird den Arm angreifen. Arm rausziehen, Heavy Hips, Heavy Hips, Head Control, Crossface, Crossface, ja. Das ist Käse, oder? Das ist Käse. Nee, das ist Käse, geht so. Jetzt nicht mehr, ich kann noch nicht. Crossface. Gib ihm, Heavy Hips, 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 Super. Du gewinnst, du gewinnst, läuft gut. Heavy Hips. Lass dir Zeit. Mach gar nichts. Zweiter Hook. Jetzt Hook, Hook, Hook. Und nicht die Füße kreuzen, sehr gut. Yeeeey. Yeeeey.